Also, jetzt steigen wir ein. Und damit Sie das mehr greifbarer kriegen und das Sie auch wirklich sehen, weil das kann Ihnen in der Regel, können Ihnen das 80, 90 Prozent aller Immobilienmakler, die ja theoretisch Ahnung von Immobilien haben, Banker können Ihnen das gar nicht erklären. Der freundliche Versicherungsvertreter auch nicht. Damit Sie jetzt einfach mal sehen, okay, was ist das wirkliche Geheimnis der Immobilie? Was macht da langfristig Sinn und Spaß? Interessiert? Ja? Gut, dann starten wir mal durch. Ja, mir ist ganz gut gefallen. Ja, locker von der Atmosphäre, Praxistipps. Also alles in allem von seinem Gutes Seminar. Ja, locker von der Atmosphäre, Praxistipps.